So, da bin ich wieder und ich hab diesmal einen Böller für euch. So, warte. Hm, da. Okay, kann man schlecht erkennen. Das ist ein super Böller 1, Kanonschlag. Und ja, wollen wir mal schauen. So, da steht mein Fuß am Weg an. So. Jetzt müssen wir mal Feuerzeug gehen. So, jetzt. Uiuiui. Uiuiui.